Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch zum nächsten Trailer heute am 2.1.2023. Es ist natürlich ganz viel passiert. Ihr wisst ja, ich muss mich, darf mich, soll mich da immer für ein Bildchen entscheiden und habe jetzt hier das ausgewählt. Da fehlen mir auch jetzt hier im Trailer letzten Endes die Worte, was das soll. Wie viele Menschen da hinreisen, um hier jetzt nochmal so eine Leichenschau zu machen, möglicherweise auch eine Bigotterie zu betreiben. Die Seele, da hat er bestimmt eine gehabt, der Benedikt, die ist schon längst aus seinem Körper draus. Hier liegt eigentlich auch nur noch Schrott, wenn ich so bezeichnen darf, nicht abartig oder despektierlich gemeint. Kann ich mich dann nicht von zu Hause aus verabschieden oder was soll das? Mir ist es nicht klar. Es war wirklich auch eine Achterbahnfahrt, ein Wechselbad meiner Gefühle. Schreibt mir da was in die Kommentarleiste. Ich finde es aber trotz alledem, jetzt wenn ich es runterbrechen darf, einfach nur komplett daneben, dass man da ein Männle dahin legt, ein Gestorbenes und dann hier von Zuschauern begafft wird. Meine eigene individuelle Meinung, die müsst ihr nicht so teilen mit mir. Ihr könnt mir da auch gerne widersprechen. Aber ja, ganz, ganz komisches Gefühl habe ich da jetzt gerade im Bauch, wo ich das gesehen habe. Und darum geht es bei VK Bitschut, Odyssee und Rambl. Aber natürlich nochmal nicht nur darum. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. Und dann geht es.